Ich lade sie ein, der Herr. Sind sie bereit? Bevor wir jetzt hier starten, bevor ich jetzt hier das Spiel starten kann, bist du wirklich bereit zu verlieren? Ich will gewinnen. Wie letztes Mal. Das ist ganz easy. Du wirst locker verlieren. Hallo Freunde. Hallo Freunde. In der letzten Folge habe ich kläglich versagt, aber diesmal werde ich Leon seinen Maul stopfen. Das sagst du immer und dann verlierst du wieder. Also werden wir sehen. Let's go. Okay, mein Freund. Ich fange diesmal an. Hättest du wohl gern, gell? Nee, du fängst an, was? Richtig. Ah, Bewegung vor Spielstart war das. Hey, hallo. Das will ich sehen. Mal schauen, was habe ich für Waffen? Was haben die gesch... Ah ja, hier. Nice. Mit Winkel und so, Digga. Ich bin der Winkelmann. Der Winkelmann? Sascha Winkelmann. Okay, Freunde, jetzt passt mal auf. In einem Winkel von 86 Grad feuern wir das Projektil bei mittlerer Stärke ab. Achtung. Dann mach mal. Feuer! Scheiße. Er trifft sich fast selber. Ah ja. Ich habe gesehen, dass man, oder die Leute haben gesagt, mit den Pfeiltasten kann man den Winkel präzise einstellen. Ja, das habe ich gerade gemacht. Ah ja. So, mal schauen. Alter, der kommt echt clean. Komm schon, komm schon, komm schon. Clean daneben. Nein, zu weit, zu weit. Scheiße. Ah, war knapp. Zweimal Schaden einfach über mir. Scheiße, Digga. Alter. Wer hat gewinnt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich in Harmony oder Sascha der hungrige Hugo. Du bist dran, gell? Ich weiß. Okay. Feuer! Oh, der kommt clean. Nein, so knapp. Verbrennen. Schlecht. So, du bist stehen geblieben zum Glück. Das heißt, ich nehme jetzt den Rückroller und der wird dann zurückrollen auf dich drauf. Ja? Schau es dir an. Scheiße. Wieso wollte der zurück? 20 Schaden, weil das der Rückroller ist. Okay, du bist so ein bisschen vorgefahren. Das heißt, wir machen einfach genau dasselbe mit Doppel-Damage. Oh mein Gott, Alter, ich bin ein kleines Genie. Ohohohoho. Geil. 2 Schaden, wow. Ach ja? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nice. 12 Damage. Ja. Sehr krass, Digga. Ich habe getroffen. Das ist wichtig. Freunde, die Clane-Erfolge muss man auch feiern. Guck mal, was da drin ist. Wie unfair. Hey, was ist das für ein Licht neben dir? Siehst du das? Das hier? Ja, genau. Schieß da mal drauf. Das da? Nein, nein, nein. Das ist wie das oben. Wie so ein kleiner Sticktabler. Nein, viel zu weit, oder? Es ist bei uns zurück. Was? Alter, wie unfair. Der epische Sieg. Alter Junge. Ich habe immer die übelste Scheiß-Position. Nein, du bist einfach schlecht. Ich war überoffen gerade. Was ich gerade eben gesehen habe an der Seite. Was auch so pink war. Nein, ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Klar. Nein. Das war auch so ein Bouncer. Wie dieser Kreis da oben. Ach, was soll denn das immer? Wieso hast du ein schwarzes Loch da? Okay, Freunde. Bisschen Winkelberechner. Zack. Der Krater, ich nehme auch das Leben mit. Oh, schade. Aber ich habe Leben mitgenommen. Alter. Ich habe mehr, als ich am Anfang hatte. Ich komme mal wieder nicht hier weg. Ja, scheiße, ne? So, jetzt hör mal auf, mich abzulenken. Du schießt dich einfach selber ab gerade mit dem Winkel. Sei mal ruhig. Würde ich nur mal sagen. Okay. Okay, Freunde. Oh, das ist echt schwer. Ich liebe dieses Spiel, weil ich hier jedes Mal gewinne. Alter, was ist das für ein Dreck? Was machst du? Ich komme da nicht raus, Alter. Ich komme da nicht raus. Was für Ausreden. Er schießt einfach gegen die Wand. Okay, Digga. Das war kein guter Move von dir, Digga. Ich muss überlegen. Soll ich dir helfen? Nein, nein. Von dir will ich keine Hilfe. Von dir nicht, Leon. Okay, dann kriegst du sie erst recht. So. Hä? Ich habe es ein bisschen geebnet. Erdbeben war das. Ich schieße mich jetzt einfach selber ab. Von dir will ich keine. Mach das. Okay. Jetzt passt mal auf. Wir müssen versuchen, die Drohne zu treffen. Ich bin so gespannt, Digga. Er schießt einfach gegen den Berg vor sich wieder. Nee, nee. Oder hinter mich. Diesen Berg, der hinter mir ist. Nee, nee. Alles klar, stimmt. Wieso kalt ist das nicht ab? Du siehst links oder rechts? Unfair. Nein, du siehst doch. Häcker. Häcker. Schau doch mal her jetzt. Da ist so ein pinkes. Häcker. So eine pinke Border, die du siehst. Nein, Digga. Ich mache den Tunnelar. Komm. Du bist echt gut. Danke. Das höre ich öfter. Gut im Sch... Danke. Das war gut. Gerne. Okay, Freunde. Ich muss ja ein bisschen dir helfen. Weil schau mal, du hast nur noch 132 HP. Ach ja? Schon habe ich wieder mehr Leben. Was warst du? Das war schlau. Das passt zu dir, Digga. Das war schlau. Was war daran schlau? Ich habe gerade über viel Leben zurückbekommen. Ja, die ich dir jetzt wieder abziehe, mein Freund. Alter, der kommt echt gut. Ja. Was haben die die Leben jetzt gebracht? Ah ja. Warte, warte, warte. Danke für die Antwort. Ah, ich liebe es. Du kannst... Digga, das ist eine richtig geile Position eigentlich. Wenn du nach rechts fährst... Ah ja, alles klar. Herzverkackt. Was? Wenn du so ein bisschen... Ja, und dann gegen dieses pinke Teil, was da ist. Ah ja. Oder? Aber das ist zu steil, oder? Der Winkel? Das ist echt steil. Weiß ich nicht. Unser YouTube-Kanal, der geht steil. Das wäre ein nicer Schuss, wäre das. Mach mal Rapid-Feuer. Was? Rapid! Das trifft. Das ist einfach alles zu weit. Scheiße. Logisches Denken ist nicht so deine Stärke. Alter, Junge. Willst du eine Blume? Blume gefährlich? Ja. Ja. Okay. Eine Blume für dich. Okay, 30 Schaden. Du triffst doch immer perfekt. Weil, ja, weil ich bin einfach krass. Ich komme hier nicht weg. Scheiße. Du kannst aber im perfekten Winkel... Schieß doch einfach im gleichen Winkel zurück, Digga. Im gleichen Winkel? Das sieht ganz gut aus, was du gerade schon hast. Dann bin ich aber wieder viel zu weit oben. Ich weiß nur die Stärke nicht. Was? Okay, ich mache jetzt... Mach mal den Winkel. Ja. So 75% Stärke. Okay. Mach mal 70. Das sind verändert. Okay. Willst du halt nicht auf mich hören? Ja, weil du willst dich noch schützen. Da! Ich schließe dich selber ab! Schade. Danke für den Tipp. Gerne. Siehst du, ich muss sogar meinen Gegnern sagen, wie sie zu schießen haben. Freunde. Lange Rede, kurzer Sinn. Hast du Hunger, Sascha? Während Leon mit Kiesstein... ...spiele. Hast du Hunger, Sascha? Ja, ja, ich habe sehr Hunger. Dann gibt es ein paar Fische für dich. Junge, er trifft einfach perfekt. Nee. Mit einem. Neun Schaden. Okay, das kann ich verkraften. So. Wir bleiben im selben Winkel, Freunde. Und tun einfach die Kampfkraft verringern. Ich wollte dich mal was fragen, Leon. Ja? Hast du eigentlich schon deine Stromrechnung bezahlt? Warum hast du die Warte gebrochen? Sei still! Hier kommt Strom! Brrrr! Nein! Ja, das war klar. Boah! Die Kante! Du darfst deine... ...Ingolo-Kante. Du darfst deine... Lol, der Stein, der tötet mich! Ach du! Lol, du wirst mit Steinen! Was darf ich nicht? Du darfst deinen Winkel nicht... ...ääh, deine Stärke nicht verändern. Wenn du den richtigen Winkel an sich hast. Echt? Ja. Wie treffe ich das? Hier setzt du der Physik und so. Einfach nach links oder rechts fahren im besten Fall. Wenn du mich schon mal getroffen hast. Und gar nichts mit Stärke und Winkel ändern. Nein. Aber jetzt hast du es halt schon getan. Nee, nee. Ich habe mal nichts gemacht. Digga, das geht doch viel zu weit nach links. Ich habe nichts gemacht. Okay. Okay, ich sage dir, das geht viel zu weit nach links. Ach ja? Wow! Sei mal lieber leise. Ja, der Profi kam raus. Kaktus. Ich würde gerne die zweimal Leben da mitnehmen. Ich wollte gerade weiter nach links fahren, Freunde. Ihm wurde es aber verhindert. Genau. Und das ist mein großer Vorteil. Weil er wird jetzt gleich den Winkel verändern und wird kläglich daneben schießen. Er ist gerade in einer Falle. Wir nutzen sie, um diese Falle... Eifel! Geil! So, was für eine Falle. Roller. Ja, damit ich dir Schaden gebe und den Winkel herausfinde. Achtung, Freunde. Ja? Fahr doch mal nach rechts. Jetzt passt mal auf. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge? An die letzte Folge? Nee. Ich auch nicht. Aber wir testen es jetzt einfach. Digga, ich habe 1,8 Leben von 200 Leben. Was? Ah ja. LOL, was passiert? LOL, ein Leben. Das ist nur ein Schaden, was? Ich glaube, das ist random bei der Waffe. Wie der fliegt. Oh, hoffe ich doch, oder? Ich weiß es nicht. Okay, nice, Digga. Schaut und lernet. Boah, Digga, einfach perfekt getroffen. TOT! Dieses Spiel ist zu einfach, Freunde. Guck mal, ich habe nicht mal Leben verloren, wirklich. Doch. Nein, ich habe 17 Leben oder so verloren. Du hast verloren. Du hast verloren. Ich habe gewonnen. Da steht noch ein Sieg oben. Waffe freigeschaltet, Banane. Ja, let's go. Rematch. Stimmt, warte, die Leute haben auch geschrieben, gell? In die Kommentare, dass wir mal gegen andere spielen sollen. Das können wir auch mal machen in der nächsten Folge. Alter, geil. Aber ich möchte mit dir nicht in Team spielen. In Team? Was? Ich probiere mal die neue Waffe, die ich bekommen habe. Oh, Junge, Cola. Und zwar die Schlange. Aha, Digga, so unfair. Er nutzt einfach auch die Sachen, die er neu bekommt. Ich weiß ja nicht, was die machen. Du nutzt sie aber auch noch. Wie kann man so sein? Du hast doch bestimmt gleiches Level ab. Wie kann man so sein, Freunde? Ich verstehe sowas nicht. So gut, meinst du? Ich werde es nicht verstehen. Oh, ist das ein Sniper-Schuss? Bam, Alter. Bam, Alter. Der Sniper-Schuss macht, glaube ich, 100 Schaden. Ja. Ach, meine Hand. Kann ich den Zweimal-Schaden? Kann ich den Zweimal-Schaden mitnehmen? Komm, ich probiere es. Komm schon. Ja, komm. Bitte, 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 bitte. Ist das ein Sniper-Schuss? Bam. Ja. 70 Schaden, Digga. das war guter schuss steht bei mir das schützt mich halt echt ist es dieses overcharge also ja freunde mal schauen ich gehe weiter nach nach rechts und mach meine stärke höher weil dann treffe ich ihn nämlich schaut euch das an das studiert ich glaube ich hab's ich hab's ich hab's bisschen dahin jetzt passt mal auf du hast mich sehr gut getroffen letztlich aber du bist doch weiter und jetzt muss ich habe physik studiert okay dann zeige ich zeige das war ich gedacht ich hab's gedacht war nicht knapp so freunde um wieder die bahn herauszufinden machen wir mal folgendes wir bleiben hier und schießen einfach den roller den rück rollern ist richtig op schade ja roller und rück roller gibt es okay jetzt weiß ich aber wenigstens ich bin aber vorne freunde er hat mir erst zehn schaden gemacht hätte der sniper schuss getroffen dann ist das krass gewesen so wir versuchen jetzt mal das herauszufinden mit dem einmal hüpfer den ich zweimal habe lol 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 okay die musik digga digga du triffst war das gut jawoll nein was ja wichtig ich weiß noch nicht was die waffen macht aber ich hab dein ich hab dein ich hab deine schussbahn oder die schussbahn wie ich dich treffen kann so freunde jetzt passt auf freunde ich pass auf ich schaue ganz genau hin was du jetzt machst ich will dass sie die letzte folge noch mal anschaut und ihr werdet ein deja vu erlebnis haben aha nein nicht der nein und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal alter ok ist doch krass alter ich gewinne einfach hu 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 ok mal schauen was ist los denn gleich dann kriegen wir denn neue waffen sag dir gleich was los ist brauchst du schon neue waffen ne ich werd sie mit dem anderen Schuss treffen digga war das schlecht alter er prediktet einfach sag ich doch ja ich weiß ganz genau wie dieses spiel funktioniert noch habe ich mehr leben als du ach ja freunde das wird ein spannendes match wir sind in runde 6 bei runde 10 kriegen wir neue waffen glaube ich hopp ich jetzt mach ich noch einen spruch von dir jetzt mach mal nochmal und nochmal komm weil jetzt rufe ich den GLENZER na viel zu schwach ach ja wow perfekt getroffen alter aber 15 schaden oder so egal schaden zweimal damage jawoll du bist tot tschüss du triffst mich nur mit dem mittleren doch ja easy so jetzt machen wir was krasses jetzt muss ich nur mehr damage machen ne alter bin ich der zerbrecher oder der gratter eigentlich brauche ich jetzt diese folge auch deine perspektive ich bin der zerbrecher der zerbrecher brichst du alle meine knochen oder was ich zerbrech dich jetzt alter nein 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 ja scheiße was ist das für eine scheiße 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 was ist das für eine scheiße scheiße alter das ist ärgerlich und jetzt bin ich tot schnell feuer ich bin tot nein ich glaube du triffst mich nicht ich glaube du triffst mich nicht weil jetzt kommt der kratter tower kratter tower bitte oh mein gott so knapp war es noch nie nein digga bitte verfehl ich muss gewinnen ich muss gewinnen ich muss gewinnen ich muss gewinnen nein bitte 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 ja ja ok jetzt musst du verfehlen ich muss einfach nur eine waffe finden verfehl wie viel leben hast du nimm eine waffe die du nicht kennst wie viel leben hast du zu viel schnell feuer komm schon nein was passiert dir das sprayt zu sehr ja 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 nein nein alter mein herz ich kann grad nicht mehr was du wie viel machst du das ist grad spannend soll ichs easy machen ich krieg keine luft mehr mit erdpickern kann ich dich one hitten ich krieg keine luft mehr oder soll ichs interessant machen sasha boah warte ist das so heiß eins oder zwei ich muss meine schuhe ausziehen eins oder zwei jetzt zwei zwei ok mir ist grad schlecht ich steigere mich da grad richtig rein ich steigere mich da grad richtig rein ich steigere mich da grad richtig rein nein 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 und schuss nein 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 ich wollte es nur ein bisschen spannender machen Freunde Junge war das knapp ich hätte noch locker erst töten können ne alter ich hatte noch ganze 15 hp was für knapp scheiße das war knapp gg alter das war echt knapp ich war so aufgeregt grad ich hab's gehört ich hab's gehört also Freunde das war's wenn ihr uns nächstes mal sehen wollt wie wir gegen andere spielen Freunde ich will nicht gegen andere spielen ich will Leon zerspielen wenn ihr das sehen wollt dann lasst ein Like da und falls ihr noch kein Abonnent seid dann abonniert jetzt den Kanal tschau tschau tschau